Yo, zweiter Traum. Wir sind aus diesem Traum aufgewacht anscheinend. Den Namen des Mädchens weiß ich bis jetzt noch nicht. Chapter 1. Und es geht gleich weiter. Wir wollen natürlich die Pages auch noch finden. Jetzt kommt noch eine Sache spielerisch sehr schön erklärt. Wir müssen uns einfach nach unten lehnen und können dann eben diese Attacke auch machen. Den Kollegen hauen wir hier einfach mal hier unten rein. Das machen wir uns. Ganz unumständlich. So. Au. Assi. Danke. Jetzt, ähm, ja, Checkpoint ist gut. Zack. Jetzt hätten wir hier hinten auch gesehen, wir hätten den Checkpoint da hinten nicht setzen können, weil eben diese Säge da war. Deswegen ist diese Säge auch so versteckt wahrscheinlich. Wir hauen hier einfach alle mal runter. So. Hoffentlich sterben wir jetzt hier nicht zu oft. Ja. Genau. Die Seite müssen wir uns noch wiederholen. Zack. Weg mit dir. Weg mit dir. Und auch du Bombenheini. Weg. Au. Ne, hat uns nichts mehr abgezogen. Wunderbar. Wunderbar. Nein. Nein. Schon. Wie. Da. War. Rum. Ja. Genau. Das war mein Fehler. Da gebe ich offen ehrlich zu. Die anderen natürlich nicht. Ja, man stirbt relativ oft, aber das ist egal. Ich habe bereits gesagt, die Ähnlichkeiten mit Super Meat Boy sind nicht von der Hand zu weisen. Aber auch nur in geringer Form. Und es ist jetzt nichts Negatives, sondern eigentlich durchweg positiv. So. Hier können wir natürlich an der Wand auch keinen Checkpoint machen. So. Ich würde jetzt am liebsten mal kurz hochgehen und... Autsch. Jetzt sehen wir hier schon das. Denied. Wir können hier keinen Checkpoint errichten. Deswegen sollten wir jetzt schauen, dass wir diese Säge hier überleben, weil wir wohl natürlich die Seite haben. Und die haben wir auch. Jawohl. Checkpoint. Das. Ich mag das Spiel. Ja. Man muss sich auch ein bisschen überblut. Autsch. 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 Ja. Das war nicht so... Der Hit. Nochmal hier rein, Kollege. So. Einfach hier so durch. Und dich auch noch mit. Dich hätte ich jetzt eigentlich in die Säge reinhauen wollen. Das mache ich auch noch gleich. Allerdings erst will ich hier runter, denn ich weiß, dass sich hier eine Seite befindet. Und du wirst nicht in die Säge. Autsch. Bitte geht kaputt. Danke. Dich will ich auch noch töten. Genau, das wollte ich. Weiter geht's. So. Du. Dein Leben wird auch grausam kurz, mein Freund. Obwohl du gerade an einer ziemlich taktisch klugen Stelle stehst. Ich muss es dir lassen. Ich würde gerne ein Safe machen. Oh. Wo springe ich denn hin? Danke. So. Safe mal kurz. Checkpoint. Zack. Stirb, 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 stirb. Du auch. Oh, da bin ich sogar noch selber reingegangen. Ach, lass uns hier unten ein State machen. Komm, Plattform. Zack. Immer schön in die Wand rein. Semmeln. Wieder eine Seite. Die wollen wir natürlich haben. Hier. Aufpassen. Jawohl. Also, das Level kenne ich hier noch. Aber, oh. Danach. Ei. Ja, das war nicht der Burner. Das auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Hau ihn einfach so kaputt, Mann. Ja, komm. Wirst du sterben, mein Freund. Gibt's ja nicht. So. Probieren wir's nochmal. Rote Kugeln. Was auch immer. Einsammeln. Rüber. Gejumped. Unklugerweise. Okay. Setzen wir den Checkpoint. Ja, da werde ich euch jetzt mal kurz was Schönes zeigen. Also, es gibt hier die Möglichkeit, hier so rüber zu springen. Man könnte das Ganze jetzt auch einfacher machen. Den hier rüber schmeißen. Und dann gehen die hier unten, diese Kollegen, hoch. Legen den Hebel mit ihrer Explosion um. Und wir kommen an unsere Seite. Also, so kleine Mini-Rätsel, sag ich jetzt mal. Die Sägen sind gemein. Aber kein Problem für uns. So. Euch würde ich jetzt einfach mal alle hier rüber kicken. Und, zack. Ich mag diese Gewalt. Ganz ohne Plattform rüber gesprungen. Das wird jetzt hier noch ein bisschen tricky, aber das geht noch klar. Diese Viecher sind so Oktopus-Dinger. Die machen so eine ganz komische Attacke. Und sind nicht so meine Freunde. Das habe ich ziemlich lang gebraucht, bis ich das erste Mal besiegt gehabt habe. Ja, genau wegen dem. Aber. Geht dann doch, wenn man hier ein bisschen sorgfältig so. Machen wir hier mal auf. Dann kommen die Kollegen hier wieder raus. Ja, und genau deswegen sind sie nicht meine Freunde. Genau deswegen. Gehen wir hier wieder durch. Dauert noch ziemlich lang, bis wir hier einen Checkpoint kriegen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte ihn vielleicht da unten setzen sollen. Aber ihr zwei geht noch. Du auch. In andere Richtung. So. Zack. Und. Dankeschön. Dankeschön. Machen wir hier auf. Würde ich sagen. Nein. Gedrückt halten. Danke. Kommen wir in die nächsten zwei. Ohne Probleme. Und hier nochmal. Und hier oben. Obwohl wir diesen Checkpoint jetzt eigentlich gar nicht mehr bräuchten. Setzen wir ihn einfach mal. Ist hier noch eine Seite. Wir haben alle Seiten. Und damit können wir hier weitergehen. Level complete. Chapter complete. Yo. Alles gekillt. Alle Seiten gefunden. Schönes Ding. Jupp. Und ich kann wie gesagt jetzt mehr machen. Wir haben auch einen Schlüssel gekriegt. Damit können wir Artworks wie gesagt und so weiter. Hab ich glaube ich schon mal erwähnt. Artworks und so freischalten. Und auch andere Level. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an. Highscore müssen wir echt nicht anschauen. Next. So. Chapter Nummer zwei. Am Start. Das ist echt fies mit diesem. Wie gesagt mit diesem glitschigen Boden. So. Hier unten ist eine Seite. Das weiß ich noch. Was ist mir. Oh. Was ist mir jetzt so. Ich würde sagen. Ich kick den Kollegen einfach nur weg. Ja. Der packt hier gerade ein bisschen rum. So. So ging es mir gerade auch. Oder so ähnlich. Rein mit mir. Und. Jawohl. Hier hinten befinden. Oh. Ich meinte da hinten wäre was gewesen. Okay. Nehmen wir mich selbst. Auf Checkpoints warten. Oh. Das wird knapp. Ah. Fuck. weg. Mann, man, 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 man. Komm. Weg. 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 Hau ab, Mann. Ernsthaft. Danke. gehen erst nach da unten jetzt kein problem kein problem den rot die rote kugel lasse ich da einfach mal noch ich schätze mal da müssen wir ihn auch mal hin und hier oben da kommen wir doch an oder neue seite gefunden weiter geht's ist hier auch was ja da wäre was gewesen gehen wir noch mal hoch ich meine mich zu erinnern dass hier irgendwo eine seite versteckt war zusätzlich noch ich glaube hier geht es weiter deswegen gehen wir erst in alle richtung ja genau hier ist die seite versteckt ja nein 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 ich krieg die seite nicht ach das war jetzt doof ich hätte ihn wegkicken müssen und ich habe ein checkpoint gesetzt ist das dämlich ist das dämlich ach nee jetzt komme ich da nicht mehr ran können wir aber auch so nicht betätigen keine chance ach dreck das ist jetzt doof gewesen das ist jetzt echt nicht klug gewesen die seite will ich unbedingt haben kann ich das level neu starten restart level ja danke